Was haben Sie uns zu erzählen? Bitte lassen Sie mich schlafen. Die Hände oder die Schenkel? Die auch Dreimann, der Dichter. Und natürlich auf Christa Maria Singland. Sie ist die schönste Parade der Deutschen Demokratischen Republik. Da dulde ich keinen Widerspruch. Bei dem ist was fahl, als auch bei meinem Bauch. Und der liegt nicht. Diskreten kleinen OV-Maßnahmen. Oder jedem einzelnen Lichtschalter. Sogar im Klo. Nur in seinen Räumen. Nichts auffälliges, er hat mächtige Freunde. Ich bin jetzt ganz bei dir. Was hat ein Regisseur, der nicht inszenieren darf? Man weiß nicht, jeder, der einem großen Mann dient, seinen Mitarbeiter. Trotz deines Talents, an dem du noch nicht mal zweifelst. Bitte. Aber ich werde nicht mehr nach Ehren. In meinem nächsten Leben werde ich... Er hat sich gesagt, er hat sich gesagt, er hängt. Er hat wirklich gehört, dass ein schlechter Mensch sein. Er hat keine Ahnung, dass ihr meinen gelben Blechland gesehen habt. Ja, das ist schön. Er hat sich selbst verändert. Dass wir den Vorgang verkleinern. 各界著名人からも絶賛の声. Berlinの壁の向こうで何が起こっていたのか ようやく明かされた監視国家の真実. Wessen verdächtigst du Träumer? Du glaubst also nicht, dass wir etwas finden für den Minister. Wir helfen also einem ZK-Mitglied, seinen Rivalen. Nein, aber mit dem ganzen Land. Der Text ist großartig, wie er ist. Ich will doch nur sicherstellen, dass er auch bei uns. Vergessen Sie nicht, Sie sind jetzt IM. Er ist der Autor des Spiegelartikels. Was sollte das? Das fragst du mich. Darum gebe ich dir eine letzte Chance. Dann fass aus, ihn noch einmal. Retten Sie jetzt wenigstens sich selber. Sagen Sie mir, wo die Unterlagen sind. Das ist das erste Mal. Das ist das erste Mal. Das ist das erste Mal. Untertitelung des ZDF, 2020